Mein Name ist Norbert Krebs von der Firma D&D Display & Druck in Hennstedt-Ulzburg. Ich bin von Herz Werbeartikelhändler. Der Wunsch meiner Kunden, ihren Namen gut präsentiert zu bekommen, das ist mein Ansatz, das möchte ich gerne erfüllen. Ich komme zu Ihnen, denn ich interessiere mich für Ihr Unternehmen. Und ich habe den Anreiz, und das immer mehr, die Wünsche meiner Kunden so gut es geht zu erfüllen und den Anspruch, den der Kunde hat, vom Budget, von der Umsetzung her, optimal zu erfüllen.